Das zweite Thema ist Ausbruch aus den Medien. Da geht es darum, dass oft wird man gefragt aus Performancekünstlern, was ist denn Performancekunst? Da kann man dann lange sprechen über die Begrifflichkeit der Performancekunst und es gibt so viele Definitionen wie Künstler und Künstlerinnen. Unser Bild ist, dass die Performancekunst sich an einer Schnittstelle der Künste befindet, wo eine Tänzerin nicht mehr ganz im Tanz zu Hause ist, dann landet sie in der Performancekunst. In diesem Sinne ist es ein Ausbrechen aus Konventionen einer bestimmten Kunstpraxis und wenn man da ausgebrochen ist, dann ist man wahrscheinlich Performancekünstlerin. So, ich bin gu时, die ich weiß. So, hier ist eine Runde, die ich wissen. Eine Hunde ist ein Stück, eine Änderung, eine bestimmte Einzelpersonen. Ein Stück, eine bestimmte Einzelpersonen. Aber ihr habt in diesem Ausbruch keine Worte, einer bestimmte Einzelpersonen. Bei der Einzelpersonen, habe ich mich erlebt, dass das andere Male erlebe. Ich habe die Idee, dass ich ein Musiker kreier würde, und ich denke, das war ein Ambitious Plan. In meiner Praxis, auch in meiner Praxis, ich freue mich auch zu machen, zu machen, und zu denken, wie sie können, wie sie auch costumes, oder props, oder Backdrops. Das Werk ist auch, dass ich mich sehr interessiert, dass ich mich sehr interessiert habe. und mir eine bestimmte Freude, um zu versuchen, die Arbeit-Energie zu ermöglichen. Ich denke, dass es auch sehr sehr interessiert sind, in der Werk-Energie ist, in which is around economies of understanding or how we how we I don't know place a lot of value on consumption of knowledge in a way or how to also keep that a bit obscure or opaque but at the same time I think that maybe the inclusion of elements that are proliferating or joyous or maybe is also playing into that because it's kind of a different kind of knowledge it's something that maybe you might feel in your body or maybe something's quite funny but you're not exactly sure what the joke is or maybe you're the you're the butt of the joke it's good timing you can be anything in the world when I grow up I want to be an Olympian be maximum be an Olympian rather be a Mays be an Olympian make a mix stay be an Olympian be a pop star or spy be a spy be a spy be a spy be a spy or a skater be a visible a thief or a princess No princess No princess Still be larkin Waiting in the dark corner I can be anything in the world Or a fireman Wanna be rich Wanna be famous What's your fucking hell Be a fast street boy Jointate that Gonna be With the power to rock you Wrong with your mind so you gotta get into Fuck it! What you putting for? If you wanna 3, 2, 2, 1 Let's do it! 1 2 2 2 2 2 2 2 2